willkommen zurück zu let's play minecraft minigames heute sind wir wieder zurück in gun game und zusammen zocken wir heute wieder mit jonas hallo und ja let's go erstmal die musik starten weil die ist sehr sehr wichtig gut ja wie können wir heute ja auseinandernehmen und zwar es gibt so etwas seit dem letzten mal hier eine neuerung und zwar man kann eine thema jetzt aber klar jetzt besser gesagt nicht mal mit dem bogen abschießen und dann gibt es eine lava flächen wie zum beispiel da hinten immer wohnen die tatile sind da ist momentan zwar keine lava drinnen aber wenn da war dritter ist dann kriegt man da als gambler drei level als normaler spieler zwei level und nach zehn minuten spontan war so gesehen neu das ist so was seit heute so und dann schauen wir mal wo wir hingehen können da ist ein klar mit von mir ich versuche mal hier kurz hier um abzukriegen leider kriege ich nicht egal gut dann bist du nicht mehr hier achten wo wir sehen und zwar hier sind das dann hier ist dann aber drinnen oder zehn minuten da kann man dann reingehen dann kriegt man als normaler spieler zwei level welche roma keine kill schenken aber ja es ist verführerisch wieder da unten steht kommt manche ja sehr schön lebt von hinten ja komm sehr schön schon mal level 2 geht doch schon mal ganz klar hier jetzt johann kriegt man da jetzt erst mal weniger raus ach ja sicher denke ich zumindest ja aber ich brauche ich setze gerade alles daran na komm der kotfuchs hat eine enderperle soll ja haben aber danke für die info er kommt er kommt er kommt überlebt kotux waschen dein problem alter ja bin zwar jetzt nicht ich setze mich gerade für dich ein es gibt ein neues item es werden acht weitere pfeile aus der luft geschossen wie viel kostet das das sehe ich hier nicht ich muss noch kurz das mein kaufbild ändern beim schießen eines pfeiles wären acht weitere pfeile aus der luft geschossen dieser effekt hält 60 sekund das ist ja geil 60 ja also 60 sekunden halt wird und gibt es keine frage gibt es weitere buffs gibt es jetzt nicht aber ich lege hallo jetzt hat sich das beruhigt dann gehen wir mal zu der insel hier wenn man schon wenn ich hier euch auch das mal mit der lawa jetzt sein könnte aber ich habe ich habe hier mal raus boxen können ich brauche nur ein bisschen kruz fuchs hat wieder schlagstack da kommen kurz was man bei hier um auch einsetzen jawoll hat doch hat er hat ja immerhin mal bei wen anders nicht immer bei uns nein ja ich habe mit jannik team und gleich ok jannik hat sich weckte schade jetzt nein komm ich brauche ich brauche dich als gilt danke das problem ist ich habe jetzt keine rüstung kam ja jedoch kommt ich krieg easy der ist schön und jetzt habe ich schon ein paar mehr chancen gegen dich aber wenn es ja wenn dieses regen aus der luft kommt ja aber die haben da jetzt die dings drüber gemacht die barrikaden kommt davon wie er das programmiert hat aus welcher höhe das kommt da sieht man jetzt auch die pfeile ich habe den anderen sehr gut ok level 4 lederjacke habe ich dafür ja 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 das checkt die gar aus der rechten eiter und wollten das nicht so schlimm das ist auch sehr schön ob alle oh mein gott ich habe es überlebt geht das schaust du da sehr schön ja und ihr könnt ja auch mal gerne in die kommentarischen wenn ihr wollt ich finde die neue neuung hier ich finde wir können ja mal ein bisschen darüber sprechen und zwar ich finde das eigentlich ganz nice die idee also ich persönlich wäre nicht darauf gekommen ich weiß nicht ob das crossider selber ja sich ausgedacht hat weil er ist ja der gang game ersteller hier auf und ob das sich wer anders ausgedacht ich finde es eigentlich ganz nice weil es gibt auch ja nicht so erfahrene spieler die möglichkeit auch level zu kriegen indem sie einfach zu den lawa dingern dahingehen hey du stila ja das bin ich wir müssten gleich auf sein welches level bist du acht ich bin neun gleich bin ich hörst du weil ich um jetzt hier die lawa ja es gibt keine lawa naja das muss erst neues bonn ich gehe mal dahinter ja das ist halt alle zehn zehn minuten so und wenn halt zum beispiel bei minute fünf die lawa eingesetzt wird also wenn man hier reingehen bei minute fünf ins 20 auch erst mal auch nicht bei minute fünf und 20 erst mal minute fünf erst neu das wollte ich damit sagen leider tja so schlecht finde ich das jetzt eigentlich auch nicht um mehr zu sein dann denkt man sich vielleicht während der spielt einfach mal so und nice hier ist aber ey was willst du kurz vux 8 crossider hallo crossider du hast gerade crossider getötet denn es ja bei mir hier gerade irgendwo random lava gepläst und ich habe jetzt zwölf level dadurch einfach weil die lava einmal falsch gepläst wurde ich habe gerade auch zwei level bekommen dank der lava da hat man es jetzt auch mal gesehen ich habe ich habe er kann crossider gefühlt ich habe den gekillt ja und wie man jetzt ist vorhin gesehen hat beim feiern hier wurde jetzt barrieren über der map gemacht damit man sich nicht mehr mit einer paulia raus porten kann das sind hier noch andere märz sowieso sieht oder so im jahr jetzt nicht sicher auch immer noch ausseiten es kommt keiner zu mir kommt man ja leer ist er langweilig hier dann schaue ich mal ein bisschen ja um als wir kommen gerade leute ich sehe es ja genau da gerade guck Nothing guck guck Hallo, ich gehe auch weg damit du das alles bekommst Oh das ist ja nicht komm da du ja Oh jetzt haben wir den neustaken hacker possono撒 А ah Ja ich habe ihn So Hier hinten wird anscheinend gar keine Lava gepläst hm überall wo diese natter-dinger sind da wird dann haben wir gepläst Nein naja dann wurde es erst später eingesetzt oder es war schon jemand da alter ja der hacker kommt den krieg trotzdem ich habe halbester zeit ist das was ich keine regeneration ja wer ist denn hier die seikers ist dieser simpson skin den report ich mal ganz kurz hacking haupte ich jetzt ein paar level verloren aber ist ja nicht so schlimm ich bin ja immer noch relativ hoch grundsessionen ferro kurz wuchs jetzt noch da hinten auf den sand hätte ich mir natürlich eine enderperle holt und noch ein gehstock das hätte 14 der weg kostet genauso viele habe ich vielleicht läuft kurz noch mal dahin aber sieht nicht dann aus wir sind sie haben es bohren er hat ja doch eine ganze menge level bedeutet daher könnte ich und jetzt auch viele lebe geben richtig jetzt direkt ist hier ein bisschen das lebt bei mir auch noch nicht bei mir nicht mehr bei mir auch nicht mehr der hacker das ist der hacker also ich finde ich das direkt also ich schon also ich kann es dann noch mal eine aufnahme anschauen aber doch dabei also ich finde nicht dass er jetzt sieht das auch nicht so aus aber ich schaue da noch mal eine aufnahme nach also das war hundertprozentig sechs glaube ich oder ich bin einfach jetzt nur zu dumm dafür ja gut dann gehe ich mal wieder hier zur insel sechs minuten noch rolex dann hoffe ich mal dass jemand herkommt da steht hinten oder schwebt es leckt und bei mir nicht hat geleckt also ich kann sein dass eine neue map da hinten baut da möglich sein obwohl wenn man das so nee das ist eine zweite reihe außerhalb der map was hat das für den sinn oder soll die map größer werden das könnte natürlich sein das war ja geil ja jetzt habe ich auch nicht mehr das gefühl hat sehr komisch man denkt das hat im ersten moment weil sein war ja so krass jetzt gegeben hat oder es ist nein hier roma glaube ich ok war die kanzelung links davon ist doch mein gott nein lassen sie mich ich bin ein unschuldiges mädchen ah schade auch und hero hero mark hat glück dass sie war das hat sich bestimmt noch mal ändern noch mal sehen mal schon wo ich jetzt irgendwie gibt es hier eigentlich diese laberdinger hier sehe ich nämlich keiner vielleicht will er dir jetzt hier hin machen kann natürlich sein aber ich weiß ich schon wo ich gleich hingehe also ich bin hier hinten da ist dieser allerdings ist es erst mal klappt stil und dann auch einfach mal ab ach das bist du gut stil abkillen ja stimmt stil abkillen so wie ich immer schön sagen wasser war da gehe ich mal ein bisschen hier auch intensiv ach was ich möchte jetzt nicht bei unseren kamen stehen weil ja die können halt einen bogen schießen ich nicht versuche ich mal ein bisschen offensiv zu sein vorhin war noch viel viel mehr spiele online das bist du das hast du ja gut hallo leute mich dann mal ja ich bin auch wieder woanders hingegangen hier ist lava geil aber es leckt es leckt was wenn man die zeit anzeige anschaut ja es leckt wirklich gerade auch nicht sagt jetzt bitte nicht dass das auf rein geht könnte durchaus möglich sein bei so einem riesen leck hallo ich habe jetzt hier gerade lava gefunden dazu aber auf dem sie zuvor war es ging offline ja meine lieben freunde das ist ja mal sehr so nice aber mal schauen vielleicht ist kann ich mir zu auch wieder da erstmals erst dann spieler stehen ja hier kommt auch eine nice euro nachricht er gut dann müssen wir mal ein paar sekunden jetzt mal hier warten weil eigentlich ist die aufnahme noch nicht vorbei wir haben noch so circa fünf minuten wenn ich das richtig im moment ach noch länger als fünf minuten sogar okay es könnte sein dass es gleich funktioniert es kommt schon mal keine nachricht in den chat er hat einen fehler gemacht hier mag ich weiß du hast deine level wegen timeouts verloren das habe ich aber auch schon ein paar mal und wenn juckt es kein richtig da habe ich auch so sehr viele level verloren das war sogar erst gestern oder vorgestern einfach draußen ja du hast bereits zu diesem server verbunden mal sehen ich bin mal weiter drauf ja du wirst dann schon sehen ach ja ich bin drauf ich hoch olex aber keine level mehr ich habe keine level mehr ich schon hatte ja er kann macht dann aber rein ja er kann sehr gut und ich gehe da hinten ich will meine level wieder geht doch ja ich war eben auch ein schönes hohes level so jetzt habe ich meine level wieder geht doch ja gut wenn er hier noch weiter platziert denn jetzt ach so okay dann kommen wir ja wo bist denn du ich bin auf dem weg ich bin auf dem weg ich bin hier dann komm her ja ja lol wie viel ja what the fuck ey dennis das ist mega geil das ist mega geil dennis ja ich geh erstmal zu ihnen sein nein dennis du darfst dir hier nehmen nee ich bin jetzt hier okay alles ist ja frisch geil ja so dennis ich bin jetzt fast hier naja fast eisemann kannst du groß weiter sagen dass ich alle meine level verloren habe ne kann ich nicht machen weil du uns vorhin gekillt hast ja sagen wir es mal so ja kann auch in support gehen einfach richtig der da jetzt der entband kommt platzieren nochmal aber was macht er da unten jetzt ich bote so immer für perl harbour auch ich bin ja klasse bei perl harbour haben wir bisher noch nie gesehen oh da unten das ist aber fies krass sei das ist sehr sehr fies wo denn äh im wasser aber wie will man da zurückkommen erst nicht ab ja gut außer sich ab dennis guck mal meine rüstung an sehr schön ich bin ja auch nicht schlecht oh er hat hier leiternin gemacht ok er hat er schon wieder reingepläst nein ich bin gestorben wie das weil ich da hingen gesprungen bin oh egal ja schwamm drüber sozusagen hey da hier nun mag du bist jetzt tot ich bin gerade auch auf dem weg zum spawn hä oh ok oh das ist sie dein ernst sagen wir es mal so ich fand es nicht schlecht weil ich wusste jetzt nicht wie ich zurückkommen soll ok hier läuft schon mal dahin denn dass ich weiß sogar wo hier lavas bond ich hatte vorhin glaube auch ein spot gesehen können sein ich weiß nicht so hab sehr gut hey oh geil richtig geil investiert nein ich bin gestorben nein ich bin gestorben 0 schon wieder ins wasser hinlaufen ja 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 gut bittere mine ah hm da ist ein brenner fall aber es kommt keine ja es sind halt jetzt sehr sehr wenig on wir werden jetzt kurz den port zu ende machen ach das bist du ok nice danke bin dadurch gestorben wie ja sorry für euch keine aber wir sind gerade eine aufnahme da habe ich jetzt keinen bock hier die ganze zeit zu schreiben so wie viele minuten her kommen dann wird das heute mal eine etwas kürzere folge aber kommen wir da hinten dieser groß sind wirklich kurz noch da will ich noch kurz hin dann kann ich mit 27 level wenn ich glück habe wenn ja ach das ist frech geil ok da oben stand aber bestimmt noch einer ja gut jetzt nicht mehr dann gehe ich mir kurz hier im kopf und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder bis dahin schönen tag euch noch und tschüss otto rein bis zum nächsten mal